Joooooo Leute und Willkommen zu einem neuesten Video auf dem Kanal ID Wenn ihr ID noch nicht abonniert habt, dann lasst ihr jetzt schon mal ein Abo da Denn wir sind fast 40.000 Leute, das ist echt krass Freunde Ich bin echt zuversichtlich, dass wir es schaffen und... Moment mal... Lass mal zu einfach gucken was der so treibt So zack 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 machen die Tür zu Und ich würd sagen wir holen uns noch ein paar Möben Weil ich hab gesehen Leute, wir verlieren echt viel Essen gerade Das ist echt nicht so gut So zack 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 Und ja, ich würd sagen wir guck mal zu Alfu 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 bist du da? Alfu Alti Alti, du darfst dich dich berühren, bitte Du siehst was ich für eine Rüstung anhabe, die ist so gefährlich Was ist mit dir passiert Junge? Ich glaub wenn du mich berührst geht die alle so rein sieh Lass das nicht tun Ey aber, zieh mal die Rüstung aus Alfa damit das echt nicht zu schweißen Ich kann nicht, die ist gefährlich Den Helm hab ich wegbekommen aber den Rest, weil ich probier es doch Okay, okay Jetzt auch die Hose die kann ich nicht aussehen Irgendwie kleben die an mir fest Zack 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 Äh, geht's echt nicht? Äh, ich hab eigentlich explodiert, egal Lass mal in die Stadt gehen Alti Ja, würd ich auch sagen Junge Ich brauch deine Föhren nicht Hey Goldempfehl Junge, die sind auch mega krass Und das Was machen wir denn heute? Alti Was denn? Guck mal da oben Hey Moment, was ist das nicht dieses Gerät aus dem letzten Video wo wir uns in Enderman verwandelt haben? Ich glaub schon oder? Ja Oh oh Davor hab ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen Ey Spinnen sind so krass gefährlich Junge, ich hab richtig Angst vor denen Ich auch, ich schubse dich mal dahin Ey Alfa Jetzt kommst du ja nicht mehr raus, weil ich hab mir noch ein Rubin Schwert Damit kann ich hier die Zicks abbauen Wir abbauen aber die ganzen Spinnenweben hier ab Junge, wir müssen da auch nicht rein Wirklich, alle? Ja weg damit, weg damit Helf dir mal, warum soll ich schnell abbauen, mach du doch Äh, ich bin echt nicht so gut in sowas So zack 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 Und auf dann Moment mal Alfa, aber glaubst du wirklich das ist eine schlaue Idee sich in eine Spinne zu verwandeln? Wow Wie sieht sie aus Alti? Junge, hier sind überall Spinnenweben und Moment mal, wenn wir uns in eine Spinne verwandeln, ist das echt nicht so spaßig Junge Weißt du, wir sollten den Schalter drücken Alti? Ja, aber Na, lass mal machen, ist ja nicht so schlimm wahrscheinlich Drei, zwei, eins Wow Geil Woh, woh, woh Ey, was passiert hier? Du siehst ja aus von der Spinne und Du auch Alti Ach nein Leute, wir haben Du hast dich auch an wie eine Wir haben uns in eine Spinne verwandelt, aber Woh Moment mal Zack 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 Ach nee, das geht nicht Wir können uns aber nicht zurück verwandeln, Alfa Nein Ich bin wieder zurück Nein Ja, wir sind noch Spinnen und Moment mal Ich will was testen, Alfa, okay? Ich auch Ja, weißt du, zack was Woh Moment mal Wir sind echte Spinnen, Alti Wir können einfach auf Wände hochgehen, Leute, ist das nicht krass? Wow, wie echte Spinnen, das ist richtig OP Guck dir das an, zack dann nochmal Wir brauchen keine Blöcke mehr, wir können überall hoch, wo wir wollen Ja, ohne Leitern sogar, das ist echt mega krass Wow, guck mal, ich habe es hier nach oben sogar geschafft, richtig cool Hey, wie krass ist das denn, Alfa? Oha Wir können ja überall hin, weil ich springe immer rüber Oh Hey Lol, das ist ja echt viel zu heftig Und das stimmt, Leute Ey, lass mal in Park gucken oder so, komm mal runter, Junge Ja, okay, lass uns in Park gehen Komm mal mit, Anna, aber Huh? Du musst nicht durch den Eingang, wir können einfach hier rüber gucken Oh mein Gott, wir müssen da Huh? Was ist das denn? Da ist eine Kiste, Alti Wo? Da Hier ist ja wirklich eine Kiste, lass mal reingucken Huh? Guck dir das an Wow Es sind nur noch Spinnensachen, das heißt, wir haben für jeden noch Spinnensachen hier Das ist richtig, richtig cool Wollen wir mal Grappling, guck, wie geht denn das? Wow, ich bin ein Spider-Man, glaube ich Hey, wie zieht man sich damit einfach? Ich weiß nicht, du musst ganz viel Rechtsklick aufdrücken Lol, das ist ja krass Wir können einfach uns hochziehen Huh? Und auch hochgehen Guck dir das an Ja, wie? Warte, ich probier's Ey, das ist echt irgendwie doof Und guck mal, wir können einfach Doch, ich hab's hinbekommen, guck mal, ich hab mich grad voll hochgeschleudert Du musst nur ganz aufklicken Lol, Moment, ich seh es Wow, ich bin richtig Spider-Man, ich schwinge richtig rum, man Richtig cool Aber wie cool ist das denn? Guck mal, wir sind auch Spinnen und wir können auch Spinnenweben setzen Guck dir das an Zack, 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 zack Wow Oha, können wir echt? Ja Wir haben sogar diese großen Spinnen Oh nein Ich steck hier fest, Alter Eigentlich müssen wir hier noch schnell sein, oder nicht? Ich weiß nicht, wir sind wohl nicht die besten Spinnen hier Aber ich geh mal aufs Kino rauf, Junge Wir können haben so viele Orte, wo wir einfach noch nie waren, ne? Und das stimmt, Leute Guck euch das an, Leute Das ist echt mega krass Yeah, das stimmt auf jeden Fall So, wo sollen wir noch hingehen, mal, Leute? Das ist so cool Das war unsere Fabrik Wir können ja endlich hochkrammeln Junge, das ist echt viel zu heftig Vor allem haben wir auch Oh, da vorne ist ein Among Us-Charakter, Eiti Wir haben auch diese Spinnnetze und so Ich werde den Among Us-Charakter richtig fertig machen Guck mal, da unten Hä, wo? Da, hier, der greift mich an, ne? Hilf mir Wow, ich mach dir ja richtig viel Schaden Guck mal, wie viel Erd der durch mich verliert Ja, mal guck dir so an Wir können die auch einfach so einspinnen Ey, lass mal die Fabrik gehucken, okay? Ja, das stimmt Lass mal da reingehen und guck, ob da noch mehr von denen sind Oh, da sind noch mehr von denen Guck dir so an, ich hab ihn einfach eingespinnt, Junge Wie krass ist das denn? Jetzt mach ich noch die große Damit hier nicht mehr rauskommen Eiti, hör auf! Ey, da kommt noch mehr Oh oh, Eiti, gar nicht gut Hey, ich glaube, das war ne schlechte Idee Eiti, schnell, schnell, schnell Die arbeiten wohl hier anscheinend, ne? Ja, wir müssen hier schnell weg, dass die Morgas-Fabrik Weil der Morgas läuft grad so gut auf YouTube, deswegen Oh, da ist wieder einer Oh, ich greif den an Spend ihn einfach ein Du musst ihn einfach reinkriegen in den Cobweb, okay? Ach, das Ding ist doch Das Ding ist doch Wir können einfach wegkrabbeln von denen Ja, die können das nicht Ich komm grad auch hoch Junge, das ist so OP Das ist viel zu krass als Spinne, Leute Ich will auch da hinten hoch Guck mal, da geht's immer höher Das ist, glaube ich, der höchste Punkt der Stadt, Eiti Nee, der höchste Punkt ist der Turm, oder? Ich glaub, ich geh erstmal hoch Oh, ich hab gar keinen Schaden bekommen Das ist wirklich wie ne Leiter Wow, und, ey, das ist sowas von heftig Guck dir das an, zack Das stimmt, Eiti, auf jeden Fall Junge, wir sind einfach ohne Leitern, ey, so könnte ich echt für immer bleiben, Junge Ich auch Es ist so heftig Ach, ich will gar nicht normal werden Aber was passiert, wenn du uns Ente siehst? Dann will uns, glaube ich, aufessen Apropos Ente, Junge Lass mal, lass mal, lass mal zu Ente gehen, oder? Amen Ja, das ist echt viel zu heftig Das ist wirklich so, zack, zack, zack Wow Ey, was glaubst du? Wow, Affo Ja Es ist zu krass, gerade So, ich würde sagen, wir gehen mal zu Ente und gucken mal, ob wir den überraschen können Ja Der ist bestimmt da, Junge So, zack, zack, zack Ey, wir haben auch so Viel Speed, ne, wir sind einfach ultraschnell Amen Ich finde das Leben als Spinne echt angenehm, Junge Wir sind einfach spinnheftig, Mann Ja, das ist so krass Lass mal Ente überraschen, indem wir vielleicht von unten uns anschleichen, oder? Oha, das wäre eine richtig krasse Idee Wir können einfach auf sein Haus hochklettern Ja, wir können sogar von oben einbrechen, oha Den, 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 den Komm, wir gehen rein Und zack, wir sind drin Oh, wo ist Ente? In seiner Ente, lass mal hin Oh, das stimmt, wir werden ihn jetzt so fertig machen Ey, Alfa, komm, wir sind gleich da Aber Aber Hier sind wir auch nicht Egal, lass dir alles voll mit Spinnen jetzt machen Das wird, glaube ich, bestimmt aufregend Wir praten ihn einfach mega krass und Hey, hast mich selbst eingespinnt Oh, oh Aber was passiert eigentlich, wenn wir ins Wasser gehen, IT? Ich glaube, Spinnen können schwimmen, oder? Äh, ich weiß nicht, mach mal vor Echt? Ah Wuck, wuck, wuck Ah, wuck, wuck Oh, oh, oh Oh, oh, oh Das war ja mal gar nichts, Junge Ente hat uns nie als Spinnen gesehen Und da steht Leute, das Leben als Spinnen ist echt krass gewesen Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Abonniert den Kanal, die jetzt schon mal Bis zu den 40.000 Und ja, Alfa, wie fandest du es so? Oh Auch richtig cool, lasst ein Like da, lasst ein Abo da Oder wenn ich sage Tschüss Bis zum nächsten Mal